Die guten alten Zeiten, ey. Western. Die Western-Musik, Junge. Was sagst du? Ey, fuckerter, wo ist bei der Map die Küste? In einem Haus oben. Ach ja. Aber ich glaube, da muss man erst eine Tür aufkaufen. Ja. Was sagst du machen? Natürlich. Ja, du klaust mir mal eine Kälte. Hey, ich geh jetzt sowieso woanders hin als du, also... Ich verziehe mich hier in die Scheune. Und jetzt hier die Schotty. Jetzt hab ich gar kein Geld mehr. Wo ist die Schotty? Wo ist die Schotty? Wo ist die Schotty? Ähm, hier. Hinter dir. Hier. Ja, die Schotty macht noch One-Head. Die erste Runde, Mann. Ja, und? Ich muss mir trotzdem schon denken... Oh, die One-Head, ja. So. Noch irgendwo ein Zombie? Ah, komm, komm mit nach oben, okay? Nicht so wie letztes Mal. Spacko. Komm bitte mit nach oben. Da hast du grad Schaden bekommen, oder? Ne? Ne? Oh, ne, ne. Ist die hier. Oben. In der Scheune oben. Hier. Und hier bleiben wir auch. Ne, ne. Ich will die Kiste. Ja, 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 ich mein, ich mein ja auch, ähm, die Runden immer. Zwischendurch kannst du ja immer mal zur Kiste gehen und dann wieder da rollen. Ja, Schotty macht immer noch One-Head. Bam. Ja, außer bei, außer wenn man die nicht ganz trifft und zwei gleichzeitig treffen will. Dann machen wir mal einen Zweischuss. Hinter uns! Du wurdest grad getroffen, oder? Du sollst nicht nach unten. Doch. Kämpfen, du bist schon ein kleiner Kämpfer. Ja, bei Zombie-Mut darf man das. Nein. Wir haben Zombie. Das haben wir gar nichts getan. Aber jetzt wollen wir was tun. Hallo? Die wollen mich töten. Runde geschafft? Jupp. Ähm, soviel es aussieht. Oh, darf ich wirklich gleich sehen? Wie? Oh Gott. Alter, danke. Nice. Ich hab mich nur wachscht, aber nicht. Oh. Lol. Hast du grad schaden? Bist du gerade hier runter gesprungen? Ich hab's denn mal runtergesprungen. Ähm. Ich guck mal, wo... Och. Ah, kann ich noch nicht freikaufen. Was ist denn hier? Kann ich auch noch nicht holen. Äh, was ist hier noch irgendwo etwas? Ja. Oh, Hi-Zombie. Bam. Oh, kein One-Hit. Okay. Wir machen kein One-Hit mehr. Ich schau. Was? Oh, doch. Immer noch One-Hit. Hab nur nicht getroffen. Einstack-Kill. 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 Yeah, Neifen. Hättest du dir das nicht irgendwie aufsparen können? Das setzt man automatisch an. Du musst das ja nicht aufsammeln. Ja, das steht nach einer Zeit weg. Ja, aber... Aber nicht sofort. Aber ich will auch zur Kiste. Ja. Komm, du bist mega auf. Hi. Kommst du nicht durch. Ach, komm schon. Danke. Aber ich bekomme nur Blüge aus, und ich habe nicht so eine Super-Waffe. Oder? Natürlich. Nein, ich habe einen Fail gemacht. Ich habe eine... Fall oder so heißt die. Fla. Keine Ahnung. Ich habe die Schotty dafür weggepackt. Aus Versehen. Maximale Munition! Ja, bitte, punkte! Hinter dir! Ja, klar. Danke. Bitte. Da kommen wir wieder blauen Augen. Ja. Ey, das sieht zu episch aus mit den blauen Augen, ne? Boah. Einfach nur geil. Hinter dir! Hinter dir! Oh, nee, hinter mir. Alter! Wie viel Schuss ich für das Viech gebraucht habe. Ich... Ich hole mir eine neue Waffe. Ich kaufe die Schottypen, weil die jetzt nicht mehr wollen, dass ich glaube ich. Wie kann man denn Sachen verkaufen? So. Kann ich mir auch kaufen. Ja, aber ich will gerade sagen. Und was habe ich hier? MTA... MTA-R. Ist die neu ist? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, auch nicht. Oh. Schon wieder in der Ausrüstung? Ausrüstung? Ist doch neu ist. Ja, super. Ich mache einen Frontag. Was machst du? Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe immer noch die Idee, der Schottypen... Achso. Und jetzt habe ich zwei Schicks noch. Also gehe ich gleich bauen, weil hier vier Zombies sind. Ja, komm hier hoch. Wir haben Kuchen hier oben. Wir sind geliefert. Ja, ich kann jetzt aber nicht helfen. Da sind noch ganz viele. Hey, ich habe dich doch wieder geholt. Ich bin die nächste Runde wieder da. Ich bin da neben. Wenn du die Runde schaffst, bin ich wieder da. Alles klar. Dann schaffe ich die mal eben, ne? Dann schaffe ich die mal eben im Alleingang. Ja, alle kommen jetzt in den unten. Ich weiß. Die kommen jetzt aber auch alle hoch. Alter, du hast 4000, ich habe 400. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Also bitte lass mir jetzt ein Paket, ne? Ja, ja, klar. Na toll. Nate. Ich gleich nochmal. Ich will keine Sniper. Was? Ich bin down. Komm schnell. Lang die. Genau. Ach, sie. Komm. Komm. Komm schon. Unfällig. Danke. Guck mal, wie viel geschützt ich komme. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Ich kann mich gar nicht mehr aufhören. Sorry, wenn ich dir jetzt wieder ein paar wegnehme, aber ich muss selbst überleben auch. Ja, ich muss ja. Ja, ich bin nur, dass ich in der Lust bin, wenn irgendwas drin habe, weil ich schon wieder daumen will. Ja, sorry, aber... Ja, jetzt kann ich dich auch gerade nicht holen. Tut mir echt leid. Ja, ist egal. Es sind nicht mehr viele. Anständige, warte. Also Insta-Kill, ich versuche hinzukrabbeln. Nice. Hallo. Oh. Hahaha. Das war nice. Danke, dass du mich wieder mit dem Weg gehst. Jetzt habe ich dich die ganze Runde zuschauen. Was? Die Runde war verpassen. Und du warst noch tot? Ja, du hast... ja. Ich dachte, man wird automatisch wieder überlebt. Nein, weil ich noch nicht ganz gut war. Ich war nur da unten. Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Ja, ja. Jetzt habe ich einen scheiß Fehler gemacht. Ich habe gerade mal eine geile Waffe abgegeben dafür. Fuck. Was war es denn, Alter? Scheiße, hier kommt was Ekelhaftes hoch. Aber neben dir kann man das gut langsamer. Und du hast zwei davon. Fuck. Scheiße. Ich weiß nicht, welche Tast du? Ich weiß nicht, welche Tast du? Unter dir. Ja. Ja. Du hast die Schaffe. Oh. Oh, ich bin wieder da. Oh. ich habe mich unbedingt verkündet ich auch ach du wirklich fleiß von mir 7000 Punkte hast du eh verdient oder? du hast 106 zu 0 und ich hab 34 ach du machst auf ne oder? oder wer hat jetzt gerade? das kann ich verdient alter wie besser scheiß alter ja ich geh gleich wieder dauer also muss man nicht übel machen ich bin da ach du bist oben ja ich hab keine anständige Waffe ich versuche einfach mal durchzudenken immer nicht mehr wenn die zu nah kommen dann messer ich die ja ich kann nicht ich kann nicht weg ja ja schade ja das war's dann bis zum nächsten Mal haut rein ciao